Hallo und jetzt kommt zu einer weiteren Folge Slender We Arrival Da sind wir da wo wir letzte Folge aufgehört haben bei diesen kleinen Quartzsachen Guck mal schon mal wo die So, schon wieder ein neues, hier hinten ein Tarteil, oh nein Wieso habe ich ein Teil schon, dann bin der Hand schon wieder Nein, das da ist nicht gut, das Teil da I want to bla bla Ich möchte sehr Guckst du jetzt füllen, ja? Ich glaube es geht nicht los Ich möchte hier Was? Schon tot? Oh, ich weiß, ich weiß, was man muss. Alles zumachen. So was hier. So was der? So was der? So was der? Was soll denn das denn? Wie soll man sich jetzt nach Hause stellen oder wer ist los mit dem? Was soll das denn? Was soll das denn? Dieает es mit dem Stuttgart nhưng mit dem Stuttgart tutti, der oben heist. Der hat nun gerade aus dem Fenster geschmissen. Er hat dich aus dem Fenster geschmissen. Wie geht das? Aber was sollte so sein? Ich hab dich nicht ins Fenster geschmissen. Tja, dann festen wir uns mal da unten hin, ne? Dann werden wir ganz sauber. Noch nicht mehr. Der Tag ist September 19th. Mein Name ist C.R. Ich bin in der Matheson-Familie-Farm. Ich werde meine Investition in Charlie's Disappearance. Mal sehen, was wir aufstehen können. Ja, gehen wir mal. Alles gut. Alles gut. Es ist zu laut. Das ist mal später laut, wie es gerade heißt. Ich verstehe nichts. Ich kann das jetzt schmurieren. Ich muss hier rein auf der Mitte. Warum gehst du? Das warst du. Nein. Das warst du. Das war's. Ich hab's. Ich hab's. um kommen sie überall mit 50 Sachen bereichert nur weisen ich bin ja auch schon mal so schlecht ist es schon weil Es ist ein einzig wo ich hier liegen muss. Deine Mutter ist schon hier nicht, oder? Da komm ich nicht hin. Das war jetzt niemals nicht offen. Hier war ja auch nichts. Was? 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 Hast du heute gesagt? Ich glaube, ich hab den Weg zu leben. Du hast dann gesagt. Was denn? Was passiert? Ich höre nur so gut, und wir nehmen die Steppe. Nö. Hier ist ein Regenzaund. Gut gepixelt. Das sind die Blätter. Ich esse nicht so was. Ja, vielleicht musst du auch nicht hier nachmachen. Ich weiß nicht, woanders kommst du nicht lang. Kommst du nicht anders mal lang hier. Diese Mauern? Dann ist ja nichts mehr. Vielleicht sollst du auch einfach in die Karo steigen und wegfliegen. Das ist einfach. Jetzt hast du keine Kamera mehr. Doch. Es wird gerade abgepillert, siehst du ja, abgespielt. Hat er irgendwas gesagt eben gerade? Ja, als du angekommen bist, hat er irgendwas gesagt. Aber ich kann ja auch nicht Englisch und ich merke mir, dass wir eigentlich nicht. Boah, hier sind vorher Mauern. Nice. Guck ich mir das Haus genau an jetzt. Guck ich mir das Haus genau an. Ich bin, glaube ich schon mal anziehen. Jetzt werde ich den hier noch mal anziehen. Nein, alles ist zu. Was? Zu, komm ich nicht hin, ist alles ja zu. Kann ich nicht ein Dach spüren. Kommt nicht drauf. Da, das höre ich sehe. Von hier ist es schön dunkel. Das ist knapp. Wusstest du was? Oh, der Viehweh. Das wird das nervt. So, so ich möchte jetzt. Ich habe schon vor Spielen, das habe ich noch komplett durch. Ich habe einen hier. Es war auch ein Loch. Ich habe einen Punkt. Ich habe einen Punkt. Ich habe einen Punkt. Ich habe ihn in den Moment. Ich habe einen Punkt. Ich habe einen Punkt. Die Blenden gucken wir jetzt auf, wo es ist. Ist ja ganz viel Flüssigkeit. Du bist ja gerade dunkler, werke ich gerade ein bisschen. Dein ist offen. Nee, da ist doch alles offen. Was denn? Was ist das jetzt? Was ist das denn? Was ist das denn, ne? Das ist doch ein Zombie-Kopf. Was sagt er, dass ich einfach nur ein Zombie-Kopf habe? Das ist ein Zombie-Kopf. Ich sehe das in die Repplade. Was denn? Ich glaube, hier wird sich noch nicht beschleunigt. Es ist gut zu beurteilen, es ist gut zu machen. Wir haben die Lieblings-Wirbeln. Das macht nicht aus. Was ist das für was? Ich weiß es nicht. Was passiert? So stark, ich habt es gesehen. Ich glaube, die sind an der Halle gerannt... ... aus diesem Ding, ne? Alter! So, danke ich mich für zuschauen, bis nächstes Mal, tschau tschau!